Das kann ich doch rausschneiden. Nein, das schneidest du nicht aus. Ich glaub dir nicht und ich trau dir nicht. Freunde der Fitness und Gesundheit. Die Keule sieht immer klein aus. Ich schwör dir das. Irgendwann mach ich das nicht mehr. Wenn du so guckst. Die sieht hammer aus. Freunde der Fitness und Gesundheit. Warte. Hallo ihr Lieben. Freunde der... Das war doch für mich gewesen. Vielen Dank. Das lass ich alles drin. Nochmal. Ich oder du? Ich und du. Hallo Lieben, es ist wieder soweit. Heute wird gewogen. Heute werde ich zeigen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe mich zu Hause nicht gewogen. Mit Absicht nicht. Ich wiege mich nur hier. Wenn ich mich zu Hause wiege... Es ist nicht runtergegangen. So wie ich möchte, habe ich so viel Stress. Ich mache mir so viel Krampf. Also abends. Und ich weiß ja, dass abends noch viel passiert im Körper. Und deswegen lasse ich das. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Und... Das soll ich gar nicht sagen. Das ist ja noch mal Riechtgas gegeben. Also muss ich jetzt mal dazu sagen. Du weißt ja. Können wir auch sagen. Ich habe Schrott gegessen. Das ist eine super Diät. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Also. Jeder weiß, wenn ich Low Carb mache und das konsequent durchziehe, habe ich Erfolg. Wenn ich Low Fat mache, habe ich Erfolg. Wenn ich Intervallfast mache, habe ich Erfolg. Wenn ich schlank im Schlaf mache, habe ich Erfolg. Also es gibt verschiedene Formen der Diät, das wissen wir alle, die man machen kann. Jetzt kommt das Interessante. Und das werde ich als Geheimnis verpacken, weil der Trainer geht da oben gerade lang und lächelt. Er geht auch extra langsam. Jetzt kommt das Geheimnis. Also. Und... Aber ich weiß, dass da draußen natürlich viele sitzen, die sagen, pass mal aus Sascha, ich habe keinen Druckfaktor, weil ich mache keine Meisterschaften. Ich bin kein Fotomodel. Und deshalb lasse ich mich oft eher mal gehen. Genau. Und deshalb geht es mit der Diät nicht so voran. Jetzt muss ich so... Entschuldige, dass es jemand so verweckt. Musst du. Aber wenn du keine Zählung oder keinen Druck hast, wird es nicht funktionieren. Das sehe ich bei mir. Oder... Ihr verwendet das System, was... Ich weiß nicht, du hast ja super gut wieder gegessen, aber ich... Oder ihr verwendet das System, was ich gemacht habe. Okay. Dann kannst du jeden Tag nämlich Schrott essen. Natürlich nicht 24 Stunden am Tag, aber... Du kannst jeden Tag einmal sowas von reinknallen. Ich habe mir dein... Richtig böse angeguckt. Im Auto vor zwei Jahren. Intermittieren des Fasten. Wo du auch sagst, du isst da Schrott. Mhm. Das habe ich mir angeguckt. Gestern sogar noch. Und das habe ich jetzt bewusst gemacht. Und ich habe... Einfach um zu sehen, auch auf die Gefahren, dass sich nichts tut... Nein, du musst jetzt... Also... Wir machen doch das Video nicht damit, dass... Nein, nein, es ist ja... Also es gibt schon ein gewisses Konzept, an das man sich halten muss. Das ist ganz klar. Aber man kann einmal am Tag, egal was, ob es nun der Teller Nudeln ist mit der fetten Sahnesauce oder die Pizza ist und dann richtig gesunde Pizza... Und mit diesem System, das kenne ich ja, habe ich damals angefangen und habe die ersten Erfolge gehabt. Weil da musste ich auch nicht auf... Also... Musste ich nicht so verzichten in meinen... Und ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Und habe deshalb immer ein schlechtes Gefühl gehabt, weil man sich durch die Diät so ein bisschen durchgequält hat. Und ich habe jetzt gesagt, ich will natürlich schon bilanziert arbeiten mit einem gewissen Konzept, mit einem gewissen System, aber ich will einfach jeden Tag lecker essen. Ja. Und jetzt gucken wir, ob das funktioniert, weiß ich. Ob das wuchtet. Aber wie viel es wuchtet hat. In einer Woche. Bei jedem Tag lecker lecker. Musstest... Also du hast... Hast du gehungert? In der Zeit, wo du dann nicht gegessen hast? Hast du das Gefühl gehabt? Oder hast du super? Da habe ich sehr viele leckere Getränke gehabt. Ja. Meine ganzen Spezialgetränke, die ich alle empfehle. Das ist schon sehr lecker. Ich hatte gestern Abend ein bisschen Hunger gehabt. Und die Säfte habe ich getrunken, die ich neulich empfohlen habe. Diese kaltgepressten Säfte. Die wollte ich mir heute holen. Und langsam geht das Gefühl weg, dieses, oh nein, darfst du nicht, da ist ja Zucker drin. Dr. Ulrich Strun sagt, Enzyme halten jung, machen jung. Und er hat gesagt Gemüse und kaltgepresste Säfte. Sagt er immer wieder. Und ich habe, glaube ich, mindestens pro Tag mindestens eineinhalb Liter kaltgepresste Säfte getrunken. Der ganze Zucker, du bist ja irre. Ja, wir werden sehen, ob das ein Mythos ist oder ob da draußen ganz viele Leute sitzen, die Tipps geben und keine Ahnung haben. Warte, warte. Ja genau. Das ist doch bekannt. Du musst rausschneiden, ne? Muss ich rausschneiden? Ja, musst du das hier raus. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Wegen der neuen DSGVO-Verordnung. Sie hat das gar nicht beachtet. Ich schneide sie trotzdem raus. Wir sind gegen noch nicht aber aktiv genug. Als das so scheiße, ne? Ich wollte aber sagen, ich hatte nicht ein ... Wir machen das jetzt von ... Wie lange machen wir das jetzt von ... schlechte Laune gehabt und ich hatte immer Energie gehabt. Also ich war immer auf, ich spüten wollte unterwegs, weil viele fragen, ja, ich habe ja in einer Dätigkeit keine Energie, ich bin immer müde, ich bin schlecht gelaunt. Nein, es geht auch anders. Es geht auch anders. Es muss auch anders gehen. Es geht eigentlich immer einfacher, je mehr Ahnung man hat. Wenn ich mir einen Computer kaufe und habe keine Ahnung, dann kann ich nicht mal eine Excel-Tabelle installieren, weil ich ja keine Ahnung habe. Was ist das? Achso, ich weiß, was ist das? Okay. Ich weiß, was ist das? Ich sage es aber auch nicht. Wollen wir wiegen? Ja, wir wiegen. Okay, okay, let's go. Wie geht das Stift? Achso, wie geht das Stift? Ich, ich, ich filme erst, wenn die Waage anzeigt und dann kann man runter und dann mache ich noch Musik rein, okay? Kann man runter? So, kann man runter. Und? Ich geh drauf. Achso, ich muss auch. So sieht Freude aus bei dir. Das wäre ja schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ja abgenommen. Das ist ja unfassbar. Das war mir ja klar, dass das passieren würde. Ich mache das in Sport seit 24 Jahren und ich sitze von Montag bis Freitag hier und sage den Leuten, das und das würde ich dir empfehlen. Das wäre ja falsch, wenn ich Empfehlungen ausgebe, selber an die Theorie, die ich glaube und die Praxis noch nie umgesetzt habe. Also das wäre ja eine Kontenrechte. Also deshalb, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn es gewundert, wenn es jetzt sechs Kilo gewesen wären in einer Woche, aber das ist gar nicht so das Ziel. Also vier Kilo in einer Woche ist... Hast du geschafft. Du hast es gesagt und du hast es geschafft. 98,6 und jetzt 94, 94,1. Das ist ein bisschen gesprungen. So. Das ist 94, nicht 1. 94 war das. Was ist denn da gesprungen? Das ist nicht gesprungen. Okay. Kamera läuft. Ton läuft. 90,5. Zu dir. Glück gehabt. Ja, wie fühlst du dich jetzt? Leicht. Super. Ich hatte ein bisschen Mammel gehabt, aber alles richtig gemacht. Ja, alles richtig gemacht. Da freue ich mich drüber. Da freue ich mich wirklich drüber. Ich freue mich auch sehr. Ich hatte gehofft, unter 90 zu kommen. Also aus 89,8. Aber ich habe ja immer Wünsche, die sind ja nicht zu erfüllen. Wieso? Natürlich. Ich bin ja auch nicht unter 90. Ja, aber jeder hat einen anderen Stoffwechsel, jeder hat einen anderen Körper, jeder verarbeitet anders. Aber das ist schön. Und falls Leute halt wissen möchten, wie wir es geschafft haben oder wie du es geschafft hast, weil du hast ja definitiv mehr gerissen als ich, meldet euch bei ihm. Er ist für euch da, er macht das, er kümmert sich um euch und es kann einfach nur besser werden. Und viele werden wahrscheinlich sagen, mach mal ein Video jetzt darüber, was du gemacht hast. Aber das Ding ist, ich mache ja ganz, ich gebe ja ganz individuelle Tipps. Also nicht, wenn jemand sagt, wie komme ich zu Geld? Dann sagst du ja, studier doch einfach Jura und werde Anwalt. Das ist nicht jedermanns Sache. Dann mach doch Medizin und werde Arzt. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Meine Aufgabe ist es, mit dir gemeinsam herauszufinden, was passt für dich am besten? Womit fühlst du dich am wohlsten? Was empfindest du als Mehrwert und nicht als Einschränkung in deinem Leben? Und was kannst du auch als Lifestyle-Komponente wirklich über Wochen, Monate durchziehen, ohne dass du sagst, und dann, dann esse ich wieder alles. Aber dann kommt der Standardspruch, der da immer kommt. Darf ich das denn sagen? Ja, sag mal. Was darf ich denn noch essen? Dann darf ich ja gar nichts mehr essen. Doch, du darfst ganz, ganz viel essen. Aber die Sachen kennen Sie ja noch nicht. Deswegen müssen Sie uns kurz sehen. In meiner Diätform, die ich jetzt gerade gemacht habe, darfst du alles essen. Hast du geduscht? Ja, das stimmt. Du hast meinen Einkauf gesehen. Ja. Das war mir sogar ein bisschen unangenehm, als du in mein Auto reingeguckt hast und habe ich gedacht, oh Gott, jetzt sieht er diese große, lange, das können wir mal sagen, große, lange, fette Baguettstange. Und die Tüte war voll mit Leckerlis. Aber ich weiß, ich sehe das wahr, aber ich weiß ja trotzdem, dass du es schaffst. Deswegen mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Fragst du dich manchmal, wie geht das denn? Nö, ich weiß es ja. Achso, okay. Manchmal frage ich mich, dass du auch noch und ich begreife das ja, dass es funktioniert. Damals hätte ich gesagt, der erzählt mir was von Abnehmung, man hat eine Baguettstange im Auto. Ja. So hätte ich damals gedacht, aber das ist ja nicht mehr so. Abgerechnet wird am Strand. Genau. Ich gehe nicht mehr zum Strand. Abgerechnet wird auf der Waage. Ich gehe noch ein ganz heilen Bad. Angezogen. Freibad ist gar nicht meins. Jetzt hätte ich beinahe meinen Bauch gezogen. Ich hätte das rausgeschnitten. Ja, ich glaube dir überhaupt nicht. Warte, 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 warte. Sonst sieht man mich nicht. Ich bin ja so breit und dick, aber sonst sieht man mich nicht. Ich kenne doch meinen Bauch. Ich habe doch bei Facebook jetzt neulich vom MBS Fotos auch gedacht. Da sieht man doch gut aus. Ja, aber ich würde das auch gerne mal sehen. Ich meine, ich habe das Foto gemacht, ne? Oh, lecker, 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 lecker. Oh, ich habe schon gesagt, ich kriege nichts. Hast du schon gedacht? Ja, habe ich gedacht, dass wir alles haben. So denkst du? Ich war mir nicht ganz sicher. Denkst du wirklich so? Ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe mir jetzt bis jetzt immer zum Training was zu trinken mitgebracht. Und jetzt denkt er, ich war mir nicht ganz sicher, den ich mir nicht bieten konnte. Deswegen schacke ich jetzt nicht nach Edeka und zu Edeka. Ich hole dir mal bei Edeka den USAF. Ja. 18 Orangen. Das ist flüssige Sonnenenergie. Das macht nicht dick. Ich weiß, mir hat das auch eingeredet. Und 35 Jahre habe ich diesen Spakus geglaubt. Und 35 Jahre habe ich mich, ey, hätte ich den heute noch geglaubt, würde ich, ich würde viel schneller sterben, ich würde viel ungewöhnter sein, ich würde viel öfter krank sein. Das ist heute kein Trainer. Ne, genau. Dann würde ich rumlaufen und sagen, nee, keine Früchte, zu viel Zucker, keinen direkt gepressten Ohn-Saft, zu viel Zucker. Ich vergifte mich heute mal. Also ganz, wie heißt der Arzt, der mit 99 erst gestorben ist und mit 39 Jahren schwer krank wurde. Ich weiß nicht, aber die Geschichte habe ich schon tausend Mal gehört, aber der Name fällt mir nicht rein. Das meine ich nicht böse, aber. Ein Doktor, von seinen Kollegen nach Hause geschickt wurde, mit den Worten, Regeln noch, was du zu regeln hast, wir können dir nicht helfen. Er ging nach Hause und fing dann an, auf den Eid, auf den alle Ärzte schwören, auf den Hippokratischen Eid. Hippokratis von Kors 480 vor Christus, sehr lange her. Der Eid ist, lasst eure Nahrung, eure Medizin, das ist nicht der Eid, aber das ist das, was ich gerade sagte, lasst eure Nahrung, eure Medizin, das ist toll, und eure Medizin, eure Nahrung. Und er fing an, sich auf diese Ursprünge zu besinnen und sagte, ich esse nur noch Obst und Müsse. Merkte, so viel Obst und Müsse kann er gar nicht essen, weil hier sind 18 Orangen drin. Das heißt, das ist weitaus bestelllicher, eher das oral, über den Kau, Muskeln zu konsumieren, als zu saufen. Also zu fressen, ist schwieriger als zu trinken. Eine, 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 eine. Ist das eine Mücke? Ist das eine Mücke? Sieht aus wie eine... Irgendwas. Okay, also, er war 39, schwer krank, ähm, und fing dann an, sich die Säfte auszupressen. Fruchtsäfte und Gemüsesäfte auszupressen. Der Mann ist mit 99 erst gestorben. Und nicht, weil er dann irgendwie eine Krankheit bekam, sondern weil er mit dem Fahrrad unterwegs war und vom Fahrrad ausgestürztes und sich dabei den Schädelbasen hinträumt hat. Ja gut, aber 99 ist jetzt schon ein schönes Alter. Also, besser als wenn du fünf Jahre noch im Krankenhaus liegst, mit so Schläfchen. Ja, natürlich. Ich weiß, ob dir doch der Schiwago, ne? Nein, ich dachte nicht. Wie heißt denn der? Ich weiß es nicht. Dann, können wir das in Videobeschreibung reinsetzen, wie der heißt? Kannst du machen, bei dir. Das Video schenke ich dir. Gut. Auf jeden Fall, ich habe auch sein Buch gekauft. Von? Dem Arzt. Ich dachte, jetzt fällt dir das ein. Frische Gemüse und Obstsäfte. Fantastisch, dass mir das jetzt nicht auffällt. Ein Film. Ein Film. Ne, auf jeden Fall. Und das fand ich ganz genial. Und deshalb, es braucht wirklich eine lange Zeit, bis das ins Hirn reingeht, dass das Leben ist. Das ist pures Leben. Ja? Sag doch nochmal, pures Leben. Pures Leben. Das stimmt. Das ist wirklich, das ist, das ist flüssige Sonnenenergie. Ohne die Sonne würden die Orangen nicht wachsen. Das ist flüssig. Das ist so gut. Also, wenn ihr eine Flasche O-Saft trinkt, fällt euch nicht der Arm ab. Ich habe davon eineinhalb Liter getrunken jeden Tag. Ich habe jetzt vier Kilo runtergezogen. Ich habe, wichtig ist, alle werden sagen, ja, der hat ja gesagt, der hat schlecht gegessen. Das geht ja gar nicht. Der Fehler ist, das kann ich verraten, der Fehler ist, wenn ihr schlecht esst und dann nichts mehr isst und auch kein O-Saft mehr und bloß keine Kalorien mehr, bloß kein Zucker mehr, dann habt ihr nur Schrott gegessen. Und so funktioniert aber der Stoffwechsel nicht. Das heißt, je mehr Schrott ihr dem Körper gebt, desto mehr Positives müsst ihr ihm auch geben, damit er das kompensieren kann. Also, je mehr ihr schrotten geht, desto mehr müsst ihr auch Einnahmen haben. Das heißt, das sind Einnahmen. Und Baguettebrot ist Ausgaben. Ja. So, und ich kann mir Ausgaben ja leisten, auf finanzieller Ebene, wenn ich Einnahmen habe, genau. Das heißt, hier, Entschuldigung, sag. Ja, ich finde das immer unhöflich, bei dir muss man das machen. Wir machen mal so ein Video, wo du das erklärst, Mensch, Auto. Hört sich jetzt komisch an, aber wie du das erklärst, wie das zusammenhängt, so ein bisschen. Ganz einfach, Enzyme habe ich euch schon mal erklärt. Enzyme, hier sind Bestandteile drin, kleine Arbeiter, ganz viele kleine Arbeiter. Und die kommen jetzt in den Körper rein, die sind so klein, wie sieht man nicht. Die kommen in den Körper rein und reparieren, erneuern, bauen Fettgewebe ab, damit man Energie hat, bauen Muskulatur auf. Enzyme sind, man sagt, Biokatalysatoren. Also ganz einfach gesagt, das sind die Arbeiter, die du brauchst, wenn du dein Haus vergrößern willst. Genau. Die Vitamine sind die Werkzeuge, habe ich schon hundertmal erklärt, glaube ich. Die Vitamine sind die Werkzeuge, du brauchst natürlich einen Hammer, du brauchst einen Schraubenzieher, du brauchst eine Schlagbaummaschine. Aber ich sage immer wieder, du kannst das tausendmal erklären und trotzdem kommen immer noch 100 Leute dazu und fragen genau das gleiche, weil die es immer nicht wissen. Es gibt ja so viele Leute, die wissen es immer noch nicht. Und das ist ja nicht schlimm. Dafür bist du da. Dafür bist du da. Das baut sogar Fett ab. Jetzt kriege ich böse, böse, böse Kontakt. Das baut Fett ab. Ich kann das sagen, ihr habt vier Kilo abgenommen. In einer Woche. Das baut Fett ab. Das baut Muskeln auf. Auch wenn es kein Steak ist. Das macht gesund. Das macht fit. Das macht deine tiefe Schwimme. Das sind zehn Leute, die sagen, mach das. Und einer sagt, mach das ist auch richtig. Und trotzdem werden die zehn Leuten geglaubt. Ich würde lieber nicht den zehn glauben, lieber dem einen. Ich glaube, mein Standardsatz ist, Bill Gates hat ... Nee. Oh, das darf man ja gar nicht sagen. Nee, mach ich raus. Mein Standardsatz ist, Bill Gates hat bestimmt kein Konto bei einer ganz normalen Bank. Bei einer Privatbank, bei einer ... wo sie auch ... auch nicht. Darf ich auch nicht sagen? Nee, aber mach das einfach. Alle die, wo man gesagt hat, der ist ein bisschen merkwürdig, der redet ein bisschen Blödsinn. Hätten wir solche Leute nicht, hätten wir kein Auto, hätten wir kein Bluetooth, hätten wir keinen USB-Anschluss. Das sind alles Querdenker. Bands, ne? Querdenker gewesen, alles Leute ... Pioniere. Pioniere, genau. Pioniere, du musst etwas ... Das ist ein Pionier. Ja. Ich stehe dahinter. Genau. Oder davor. Steht nicht, ich stehe dahinter. So, lass uns runter. Ja.